Ich möchte Ihnen einfach Danke sagen in dieser Woche nach Ostern für Ihren großartigen Einsatz, für Ihre Fachlichkeit, die Sie immer wieder einbringen, wo Sie in großer Hilfsbereitschaft, aber auch mit Geduld und Gelassenheit Ihre täglichen kompetente Arbeit vollziehen. Dafür möchte ich einfach Danke sagen, auch im Rahmen dessen, was ich durch verschiedene Gespräche mitbekommen habe, wird mir immer wieder deutlich, welche hohe Fachlichkeit Sie vermitteln und durchtragen. Es ist klar, keiner von uns hat bisher ein Drehbuch geschrieben für so eine Situation. Weder die Politik noch die Kirche kann irgendwo auf Erfahrungen zurückgreifen, wo es in diesem Umfang zu einer völligen Außerkraftsetzung des normalen Lebens geführt wird. Trotzdem meine ich, dass wir gut miteinander auf dem Weg sind, wenn man das in so einer dramatischen Situation sagen darf. Wir können diese Situation gestalten im Vertrauen auf Ihre Fachlichkeit, auf Ihr Engagement. Wir können diese Situation durchtragen, weil Sie mit Ihrer Kompetenz dem Evangelium ein Gesicht geben. Danke und bleiben Sie gesund!